Superleichte Zeichnungen Hallo und herzlich willkommen zum Kanal Superleichte Zeichnungen. Heute werden wir Baby Pocoyo und Baby Pato zeichnen und ausmalen. Lasst uns anfangen zu zeichnen. Zuerst werde ich Pocoyo zeichnen. Ich beginne mit seinem geschlossenen Mund. Dann zeichne ich seine Nase und einen Schnuller in seinem Mund. Ich zeichne sein Gesicht und seinen Kopf mit einem Hut drauf. Und ich zeichne seine Finger so. Er schläft unter einer Decke. Jetzt zeichne ich Baby Pato neben ihm. Ich zeichne ebenfalls geschlossene Augen. Dann zeichne ich ein Stück zerbrochenes Ei auf seinem Kopf. Dann zeichne ich seinen Schnabel. Er schläft neben Pocoyo unter einer Decke. Schließlich zeichne ich das Bett. Fantastisch! Jetzt benutze ich diesen dicken, schwarzen Marker, um unsere Zeichnungen besser sichtbar zu machen. Fangen wir mit dem Ausmalen an. Zuerst male ich Baby Pocoyo aus. Ich male seine Haut in Cremefarben. Dann benutze ich Gelb für seinen Schnuller. Ich male seine Kleidung blau aus. Jetzt male ich den Baby Pato aus. Ich benutze Gelb für seine Haut. Und orange für seinen Schnabel. Ich lasse das Eiweiß weiß. Schließlich male ich seine Decke mit diesem Marker aus. Und ich benutze Aquablau für das Kinderbett. Ich liebe es! Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann gebt ein Like und abonniert den Kanal. Wir sehen uns im nächsten Video.